Live-Events, wie wir sie kennen und lieben, sind von heute auf morgen verboten worden. Das ist natürlich ein Drama, aber das lässt gerade auch viel Spannendes Neues entstehen. Denn Austausch, Kommunikation, das ist und bleibt einfach ein super wichtiges unternehmerisches Element. Und das muss jetzt einfach auf andere Arten geschehen. Und deshalb hat sich Microsoft auch dazu entschieden, ihren Business Summit 2020 definitiv stattfinden zu lassen. Und ich freue mich unglaublich, dass ich auch dieses Mal mit dabei bin. Es war letztes Jahr schon total großartig und bis Ende Oktober ist ja noch ein Weilchen hin. Deshalb wird sich auch noch zeigen, ob das Ganze real, digital oder eben hybrid stattfinden wird. Was ich ja momentan eigentlich eine ganz coole Lösung für Veranstaltungen finde. Alles natürlich mit dem vorgeschriebenen Abstand und hohem Gesundheitsschutz, das ist klar. Trotzdem geht meiner Meinung nach einiges. Reales Setting, Gastgeber und Experten vor Ort, virtuelle Workshops. Es ist super viel in Kombination möglich. Und Microsoft hat ja nun wirklich die technologischen Innovationen im eigenen Haus und wird das so umsetzen, dass die Botschaften nachklingen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Das Motto dieses Mal, Trusted Intelligence. Also es geht um Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Transparenz, Datensicherheit und menschliche Vernunft und KI. Also ein tolles Motto, was gut in die jetzige Zeit passt. Wer alles da sein wird, welche Keynotes, das verrate ich nächste Woche. Erstmal fest eintragen. MBS 20 am 27. und 28. Oktober.